Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Heute werden wir ein bisschen Holz machen. Wir haben Winter, Mitte Winter, das ist jetzt von der Arbeit hier das Optimale. Holz, aller Art mit Holz verbunden, Baumstumpenfräsen und sowas. Die Stumpen die wir hatten sind mittlerweile weg, bis auf ein kleiner Rest. Das werden wir andermal machen. Und wir werden bis in den Wald gekümmert. Anfang Winter hatten wir noch Plus gerade gehabt, da haben wir noch Pongel geflammt, 200 Stück. Ziemlich genau. Und mittlerweile haben wir jetzt zusammengerechnet vieler Bäume. Schauen wir mal, dass hier was wächst. Und zwar die allerersten hier. Das sind die ersten Bäume, die die gepflanzt hatte. Vor genau einem Jahr mehr oder weniger. Und die nächsten Bäume, das werden hier in der Ecke, halt mehr oder weniger vor kurzem. Also ein Tag vorher. Also praktisch im Erstwinterabstand sind diese Bäume hier. Die sehen genauso aus wie die ersten. Aber ich sag mal so, das wird sich sobald das im Frühling losgeht mit Wachstum, auch zu sehen sein, dass die dann entsprechend wachsen. Das sind, glaube ich, die allerersten hier vorne. Und die hätten schon was jüngeren Bäume. Also optisch gesehen noch nicht, aber das wird so kommen. So, und hier soll ich im nächsten Jahr weiter pflanzen. Hier ist es Stumpen frei, mehr oder weniger. Ich habe also gesehen, kann natürlich sein. Aber das soll hier das Problem sein. Und wir werden sehen, dass wir Papa befallen. Dann werden wir noch beim Sägewerk ein paar anliefern können. So, hoffe das passt. Wir machen gleich Licht an. So, weil, mittlerweile ist es schon halb vier. Es wird bald dunkel. Und wenn es richtig dunkel wird, äh, naja gut, vorspulen. Dann auf jeden Fall. Aber noch sehr hell, ne. Und darum wird man sehen. Die Folge noch normal arbeiten mit fünf. Und dann nachher, mal sehen, später. Wenn es, äh, richtig dunkel ist, ob ich da noch schneller arbeiten werde, ne. Vielleicht hätten wir noch morgen. Ein paar mal wegfahren. Äh, Bier verkaufen, ja. Also Bier könnten wir noch verkaufen. Die Produktion läuft. Ich könnte mal ganz kurz reinschauen in der Vertriebe von, äh, äh, Zwar, Hauerei. Das läuft. Die Klingenerstellung ist voll. Könnte ich verkaufen. Malfabrik. Ach, hier ist Sägewerk. Ich wollte gucken, ob wir das aktivieren können. Oder hier öfterm. So. Leerverletten ist, äh, so. Deaktiviert. Ach, aus. Ach. Wir wollen hier lassen. An. 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 Aus. An. Gut. Das soll auch sein. Die Paletten haben. Äh, statt das Holz. Rohstoffe. Ja. 0. Ach so, Holzstammpalette. Ach so, Holzstamm. Ach so. Okay. Das war eher ein Problem. Wir haben aber trotzdem. Also Holz haben wir kein mehr da. Das ist heftig. Aber wir haben jetzt Prinzip, äh, äh, also braucht. Gut. Macht nichts. Äh, Paletten haben produziert. Also für Schlachthof, äh, denken wir es reichen. Und wir werden auch paar haben für, sag mal, für nächstes Jahr, dass wir die Bauerei auch wieder entsprechend, äh, versorgen können. Ist ja eigentlich so, ne. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Muss ja irgendwie. So morgens früh, wenn garantiert die... Na, Schweine müssen normalerweise morgen nicht. Alle zwei Tage. Frühjahrs anfangen könnte man sagen, werden die gemacht. Und dann richtig, ne. Genau, ein Rinder. Naja, muss ich sehen. Produziert oder Motto zu Zeit. Irgendwas mit, äh, Rinderfütterung, äh, sieht aus wie automatisch. Äh, Fötterbeschwagen oder sowas. Na, Fötterbeschwagen nicht. Äh, sowas wie, dass ein, äh, äh, Tiere automatisch für das Wetter bringen können. Könnten. Er hat's angefangen und das, äh, wird sicherlich dabei dauern. Machen sie alle in ihrer Freizeit und da werden wir halt auch abwarten. Ja, ansonsten wollte ich da nochmal, äh, Kühe hinzulegen, aber hier, denke ich mal, wird das auch so kommen. Aber wie gesagt, wir müssen mal Geld haben, dass wir die Brauerei teilen können. Wir müssen noch Felder kaufen. Also, hier werden wir erstmal sehen, ob wir in die Kühe richtigen Schwung kriegen. Wir haben hier zwar eine Kühe, die werden jetzt nach und nach uns beglücken mit Kälbern, ne. Das ist ja so, ne. Das ist nicht viel Holz hier, aber gut. Das ist ja dick. Höchstens zu kurz. 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 Ja, hier aber noch viel, 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 äh, naja, wie sind wir da wird reichen? Ne, wenn wir dann so sehen, wir können einen neuen Wald bekommen, ne. Also, das wird nicht so lange hinkommen mehr. Da müssen wir Geduld haben. Ja. Ja. Heute Holz. Morgen ist schon der dritte Tag im Winter. Oh, heute mal tiefer, sportlich. Zum Glück können wir wieder aufrichten. Ja. Äh. So. Ja, bestellen mit, im ersten Tag, wo es geht, denke ich mal. Da wird ja so kalt sein. Eher zum zweiten Tag. Äh, Hopfen und dergleich. Dann immer noch Feld Nummer 18 und 17, da muss man geflügt werden. Und sollte auch an sich kein Problem darstellen. Also, ansonsten, gutes Arbeiten durchaus, ne. Also, Gras wird kommen sicherlich, äh, für Heu. In erster Linie brauchen wir viel Reu. Wenn wir viele Länder haben, müssen wir viel Reu haben, ne. Und in Silage haben wir noch eine Silo voll. Ich hab schon letzte Folge vergessen. Also, Silage muss aktiviert werden. Das heißt, das Förderband wird laufen. Das heißt, wir werden gleich mal springen. Das hat mich immer so ein, ne. Das heißt, wir springen über die Karte. Und, geh mal rüber zum Förderband. Das ist nämlich unser Förderbandsystem. Und das muss jetzt aktiviert werden. Vor allen Dingen, müssen wir gleich ein bisschen umbauen. Wenn wir schon dabei sind, ne. Hm, die Ecke. Motor starten und merkt er gleich wieder. Wir werden mal hier was noch ran fahren. Ja, ich würde jetzt sagen. Ich würde jetzt hier zeigen, dass das Silo, wo das rechts, äh, grün ist. Aber der mal wieder das Video also so nicht anschauen. Deswegen werde ich das so nix machen. Er hat andere, die das zeigen können. Und auch zeigen werden. Deswegen, äh, ich hab's einmal erwähnt. Und, na ja. Wie wird die andere mal sagen? Äh, nicht glauben geschenkt. Na ja, gut. Ist halt so, ne. So. Aber mir ist das im Grunde jetzt, äh, auch egal. Ich muss dazu so das Silo nehmen, so ist. Und wenn das nicht funktioniert. Und zum nächsten Mal halt, äh, entweder seinen Sack Silo sehen. Weil er das, das funktioniert ja anscheinend. Äh. Oder. Oder. Ich verwende andere Silos. Es gibt ja noch andere. So, ein Shit. Das ist zu kurz. Jetzt sind wir jetzt weiter ran. Hochgefahren. Och, ne. Ein Bild raus. Das ist ja... Mist. So, kurze Entschuldigung. Unterbrechung. Das ist aber jetzt richtig, äh, blöd. Weil... Ja. Das ist, würde ich sagen. Ja, das ist so. Ja, das ist so, Leute. Ich meine, ich mein Maus, äh, im Prinzip aus dem Nachbarbildschirm rausgehe. Und dann da noch anklicken, dann ist es, äh, na ja, gut. Schlecht, ne. Schlecht, ne. Das heißt, natürlich ist die Lenkung nicht, äh, funktioniert. Ja, das ist, äh, komplett auf Null. So, das läuft nun. Ja, die Ecke, wenn wir nicht rauskriegen. Mal sehen, vielleicht kann ich drüben was machen. Ich sehe mir hier was, äh, aber hier wird's, äh, wie gehen. Hier sind die Reifen. Das ist ein Problem. Kommt zwar hier und da mal rein, aber, ja. So, wir sehen, was den Silo, wenn wir dann entsprechend nächstes Jahr nehmen werden. Unser Maisfelder. Oder ob wir lieber auf die Lage geben. Per, per, per Ball. Und da, wo die Maisfelder sind, entsprechend, äh, ja. Dingsherren bringen. Hopfen, zum Beispiel. So, das läuft dann mal ne Weile. Das heißt, wird mal ganz kurz, Richtung, äh, oder siebster wollte ich Hopfen reinbringen. Hier war ja Gras. Ist auch Gras. Gerste. Gerste. Da sollte aber keine Gerste rein anfangen. Sollte eigentlich Raps rein. Gut, äh, hat sich nun erledigt. Hier ist Raps drinne. Das ist auch Raps. Und hier soll, hier ist, ne, oder ist vorgesehen für Mais. Also Mais, Mais. Hopfen, Hopfen. Ja, und dann mal sehen. Hier ist der Weizen. Weizen. Hier wäre noch eine kleine Wiese, wo wir machen könnten. Und hier auch. Weil, äh, Wiesen haben wir dann, äh, eine große und, na ja, viele kleine. Muss ich mal sehen, ne. Also wir haben das Prinzip, ja. Würde ich lassen, ne. Denk ich mal. Seid ihr brauchen dringend, äh, Hopfen, dann muss man sehen, ob man da umdisponiert. Können wir noch ein früher mal anscheiden. So. Jetzt geht los mit Lenkrad. Obwohl Lenkrad ist hier nicht so wichtig. Weil ich hier unterste tue mache. Mh. Muss nur gucken, dass es halbwegs in der Mitte ist. Obwohl, bei der Harbour ist ja nicht so tragisch ist. Weil, äh, ich fahr ja keine großen Strecken, ne. Bei großen Strecken wäre das, äh, ungünstig, wenn ein Lenkrad, äh, vorher irgendwie auf halb 8 ist. Und dann fährt er immer wieder in die Richtung. Aber in dem Fall ist es zu verkraften. Und nachher, nach der Folge, kann ich euch vielleicht nochmal einstellen. Also, wenn wir da kurz aus dem Bild raus waren, ist leider bei Elgato so. Können wir verabschieden, in Anführungszeichen. Und auf andere Bildschirm gehen. Ja, wenn ich so dunkel sein sollte, ja, es könnte sein. Kann man ein bisschen heller machen, ne. Hat hier so ein kleines Lichtlein. Da kann man ganz kurz, äh, prozentual, oder feller machen. Die passen uns also im Prinzip, äh, der Herrasselt an. Und wenn es hell ist, leuchtet der Monitor ganz gut. Und wenn es dunkel ist, ist natürlich weniger, ne. Ja, hauptsache kein Schnee. Und Schnee wird es hier ein bisschen blöd, ne. In Anführungszeichen. Weil, naja, es würde auch gehen. Das ist heftig, ne. So. Fangen wir vorne wieder an, ne. Teilmal läuft, ja. Teilmal läuft, ja. Dann machen wir die Zeit auf voll. Ja. Ja. Ich hab's über Leute, geht schon Licht an. Von mir auch. Ja, der Forsterhänger ist im Hof, ne. Und wir haben hier den Anhänger für Paletten. Weil Paletten hatten wir ja geholt, die Setzlänge für Bäume. Aber, wir haben schon gepflanzt. Und das mache ich ja nicht gerne. Aber das ist top 10. Wir können ja noch halt wieder Ketten-Sicher arbeiten, ne. Wenn man in so Fällen, das Ding ausheckt, äh, hakt. Das ist auch nicht weiter schön. Fangen wir vorne an. Mit einem kleinen Teil hier. Ja, wir brauchen mehr Bäume, ne. Also, das Segelwerk hat das ja verarbeitet, äh, wenn da jetzt nichts mehr, ne. Dann muss man sehen, dass ich mehr Paletten herstelle und andere die aktiviere. Das wäre am besten, wenn man das, äh, wenn machen würde. Dann haben wir mehr Paletten. Dann brauchen wir auch nicht Paletten für unsere Produktion. So, das soll's für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Einschauen. Für die fleißigen Zuschauer unter euch. Und auch jeder anderen, der mal freiguckt. Jetzt war jetzt zum Schluss, da glaube ich kaum noch jemand guckt. Aber, kauf zu ihm zum Schluss, da denke ich. Und, tschau und tschüss. Und vielleicht sehen wir uns dann zum Einschauen wieder. Tschüss. 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 Tschüss.